Hallo, ich bin Luisa Mayer auf der Heide und wir sind hier bei den Deutschen Meisterschaften und ich gehe in der Altersklasse 16 an den Start. Die Konkurrenz hier ist sehr groß und es wird viele spannende Matches geben. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß hier dabei sein zu können. Hier bei den Deutschen Meisterschaften ist immer ein sehr großes, stark besetztes Turnierfeld und es sind viele spannende Matche hier und ich hoffe, dass ich sehr weit komme. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier zu spielen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020